EU-Kamissar Oettinger hat sich für Teile seiner umstrittenen Rede in Hamburg entschuldigt. Der CDU-Politiker erklärte bei einem Besuch in Bukarest, er bitte für seine Wortwahl um Verzeihung. Oettinger hatte vor Unternehmern Chinesen als Schlitzaugen bezeichnet. Außerdem hatte er von einer Pflicht-Homo-Ehe gesprochen und missverständliche Äußerungen zur Frauenquote gemacht. Wir haben keinen Einblick in das, was sich derzeit in der irakischen Stadt Mosul abspielt. Aber es müssen chaotische und grausame Szenen sein. Meine Damen und Herren, wir machen weiter mit Nachrichten, die normalerweise mein Kollege Jan Hofer jetzt präsentieren würde. Es ging ihm gerade nicht gut, deswegen werde ich das jetzt übernehmen. Ein heute bekannt gewordener Gesetzentwurf von Finanzminister Schäuble sieht, strengere Meldepflichten für Steuerzahler und Banken sowie höhere Strafen bei Verstößen vor. Zudem sollen Banken für Steuerausfälle in Haftung genommen werden können. Anlass für diesen Entwurf sind die sogenannten Panama Papers, die dubiose Finanzgeschäfte mit Offshore-Firmen enthüllt hatten. An den Börsen sind die Anleger wegen des offenen Ausgangs der US-Wahl derzeit zurückhaltend. Der DAX schloss im Minus bei 10.326 Punkten. Auch der Dow Jones gab erneut nach auf 17.931 Punkte. Wenig Freude an der Börse hat derzeit das soziale Netzwerk Facebook. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Da wird es vor allem in den Mittelgebirgen dann durchaus winterlich. Vielen Dank, Carsten Schwanke, für diese Aussichten, mit denen wir uns jetzt verabschieden. Jetzt sehen Sie hier im ersten Kabarett zur ARD-Themenwoche Zukunft der Arbeit mit Dieter Nuhr. Und um 0 Uhr meldet sich Gaby Bauer heute mit dem Nachtmagazin. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Musik 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 Musik